Guten Morgen, guten Morgen, bitte. Guten Morgen, bitte. Ich habe noch ein Foto bekommen. Na, Foto. Und die anderen Brüder. Ja, die kennen Sie da. Guten Morgen. Der Christus aus Chile. Chile. Jetzt wird er sehr gut aus Polen. Der Christus Priester. Der Christus aus Amerika. Amerikan. Amerikan. Der Christus aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Der David aus Portugal. Ja, von allen Teilen der Erde. Das war wie eine Mission. Eine Stadtmission. Eine heilige Stadt. Das Thema war Solidarität. Neue Wege für Solidarität finden. was zu verRIht. In der Amerika. Tremendung. Die Gesellschaft.